Die Bauern hören noch Hudi-Gaggler? Nein. Ich bin Roman Heidelberger. Ich komme vom Zürich Unterland. Dort haben wir einen gemischten Milchvieh-Mast- und Achenbaubetrieb, den ich seit 2018 mit meiner Frau führte. Letzten Herbst haben wir noch einen kleinen Sohn bekommen. Die Bauern haben keine Ahnung von der Digitalisierung. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Wir müssen alle unsere Daten vom Betrieb online erfassen. Wir haben ganz viele verschiedene Portale, wo wir uns einloggen und das alles aufnehmen. Und auch auf dem Feld, in den Traktoren, Maschinen. Dort bleibt die Technik nicht stehen. Ich brauche mein Smartphone hauptsächlich im Stall auf dem Betrieb, wenn z.B. ein Kalb auf die Welt kommt, registriert man das. Ich habe keinen Ameisenhaufen neben dem Haus. Aber ich habe eine gute App und dort studiere ich das Wetter tagtäglich. Bauern sind viel zu wenig unternehmerisch. Ja, man kann es heutzutage nicht einfach nur noch vor sich hin bauen. Ich persönlich mache eine Vollkostenrechnung und tue somit meine Entscheide fällen. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist jetzt bei mir fast ein wenig Tatsache. Ich persönlich setze eher auf die Schweizerische Küche. Vor allem auch regional. Es gibt so viele verschiedene regionale, feine Schweizer Menü, die man kochen kann. Und man hinterlässt erst noch viel einen kleiner ökologischen Fussabdruck. Die Bauern interessieren sich nicht für den Rest der Welt. Ich bin schon auf einer Farm in Kanada arbeiten und habe gesehen, wie es dort zu und her geht. Ich bin auch in Neuseeland, Australien und Amerika umreisen und habe dort Farmen besucht. Nicht zuletzt liegt mir auch sehr am Herzen, was im Handel von Nahrungsmitteln auf der ganzen Welt zu und her geht. Zum Beispiel verstehe ich nicht, wieso, dass man Palmöl in die Schweiz importieren muss, obwohl wir in der Schweiz eigentlich das Potenzial hätten, um mehr als genug Öl zu produzieren.